liebe leute hier mal wieder willkommen zurück zu daisy standalone natürlich hier am dienstag 19 uhr und zwar waren um 19 uhr 2020 natürlich 2020 haben wir natürlich schon ich hoffe wir sind natürlich und wir hoffen dass von uns selbst auch dass wir natürlich gut reingekommen sind ins jahr den bro so ein jahreswechsel ist natürlich immer sehr schmerzhaft und schwierig und stolprig und anstrengend so ist es so guten rutsch oder so als könnte was schief gehen natürlich man kann rüber fallen natürlich ja man kann natürlich rüber fallen so wie über stolper steine hier natürlich auch in der daisy standalone weiß noch früher treppen runtergegangen natürlich gefährliche wanderwege ja kenne ich ach so was machen wir heute leute wissen wir nicht wissen wieder auf tromswold im assoziaten server der ganzen daisy standalone geschichte haben aber freunde gefunden letztes mal und da sind wir natürlich guter dinge dass wir auch heute den ein oder anderen kollegen akquirieren können natürlich sind sie gleich kurz vor novi und gucken mal was da abgeht und du wurdest schon heute gequillt habe ich gehört ja ach du weißt du wie das hier ist auf dem server als barmi vor allem im jogging anzug da wird man natürlich schnell mal gekillt denn der eine oder andere player ist natürlich neidisch in seinem full equip auf ein jogging anzug in dunkelblau mit weißen streifen und da muss man natürlich dann doch schon mal das verlassen ja ich hätte dich auch angegriffen ganz ehrlich was ja ich wäre so neidisch gewesen auf den equipment was du hattest aber das war mir schon klar ist egal wo ich hinkomme oder so direkt die leute kommen so jo digger überfall so aber das noch ja ich spreche neben gar nicht aber das noch schlimmere war er hat nicht mal dich gelootet alter ja so traurig aber gut zum durchlöcherten jogging ja gut deshalb gehen wir jetzt erstmal nach novi würde ich sagen und wenn wir da sind bro gucken wir was so abgeht wir sind eigentlich so gut wie da wirst du wirst du wollen wir nicht die challenge machen hashtag bro und hashtag digger und du hast gerade bro gesagt scheiße scheiße würde ich sagen machen wir die große bro digger challenge ab jetzt bro da ist schon verkackt in diesem sinne bis gleich nice da sind wir in cabanino liebe leute so wie geplant natürlich natürlich eine wunderbare entdeckung gemacht die eine riesen base ne ja ich glaube wenn du hier rein springst ach so dann kommst du natürlich auch wieder rein denn die base ist hinten gar nicht zu ich würde sagen ich sage mal hallo hallo oft unser todesurteil aber gut wir sind natürlich trotzdem immer freundlich hier unterwegs in einem stand-alone man will natürlich kontakt voll im modus hier ein bisschen kontakt hier aufbauen aber natürlich ist natürlich immer wieder brücken bauen aber es ist natürlich wieder keiner da so wie man das gewohnt ist hier was so was voll will tumpeln hier im norden rum seit zwei stunden ist keine sau tumpeln keine ahnung es gibt sich das wort google ist auch eine base oh meine fresse entweder sind natürlich holz bretter oder auch zählte ich will ja gar nicht rein also doch doch man kommt man kann tatsächlich rein ach so man kann bis nach oben es hat 50 50 chancen immer auf dem server gefühlt ja ich würde eher sagen 40 60 aber gut ja 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 ich war die 20 challenge ja wir bleiben uns natürlich treu hier natürlich luci ja denn so komisch ich port meine die base man ja also aber wir haben auch noch muss man sagen ach so porten ja das wäre eigentlich mal voll cool für den content oder dann müssen wir nicht immer ach so ach so ja falls ihr noch ideen habt wie wir uns nennen können dann schreibt sie mal bitte in die kommentare denn ich will jetzt nicht sagen was wir nicht sagen aber ja denn ideen vorschläge gerne in die kommentar sektion ja wer es nicht mehr weiß einfach noch mal ins letzte video schauen genau da ist natürlich alles immer weg ich muss so aufpassen ja wirklich weil sie das jetzt nicht nachvollziehen können einfach mal ein zwei drei wichtige wörter die ihr oft verwendet aus eurem wortschatz hier raus streichen und mal gucken es ist unmöglich es ist unmöglich generell hello 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 hei wassupbuddy hello oh hi why can i find stuff in this place everything is empty hey where are you, oh there you are i don't know mate i come from the north whats your name it's boss but i don't know if it actually shows on my thing okay my player type it looks bug it's fine, it's fine nice to meet you my friend where are you from nice to meet you Ich habe gerade auf diesem Server angefangen und versuche etwas zu finden. Ja, es ist ein schönes Server. Du magst es? Du hast Spaß hier? Es läuft gut. Das ist mein erstes Mal in dem Spiel seit vier Jahren. Ja, es läuft sehr gut. Das ist alles klar. Ja, Mann. Wo bist du, mein Freund? UK. Ich bin aus Belgien. Ich bin aus Kroatien, mein Freund. Schön, dich zu treffen. Ich mag die UK. Schön, dich zu treffen. Ich bin kein großer Fan davon. Warum? Brexit, mein Freund, Brexit. Das ist gut für dich, Landmann. Vertraue mir. Nein oder nicht. Ja, ich werde immer weiter überraschen. Bis zum nächsten Mal. Sollen wir ihn gehen lassen? Will er gehen? Ja. Das schießt uns irgendwann in den Rücken. Er kann auch mitkommen oder nicht? Nee, ich glaube, der möchte nicht mitkommen. Ich glaube, der vertraut uns nicht. Ach so. Ja, soviel dazu natürlich. Ich würde sagen, den killen wir einfach mal offscreen, Bro. Wahrscheinlich Bro. Wahrscheinlich Bro. Ihr fragt euch bestimmt auch in der Stelle noch schnell, warum wir wieder Czerno sind. Naja. Ach so, ja. Das brauchen wir gar nicht erklären hier denn. Genau. Das Game ist natürlich bugfrei und da stirbt man niemals. Genau. Und insofern würde ich sagen... Selbsterklärend. Selbsterklärend würde ich sagen. Bis gleich, oder? Auf jeden. Nice. Fuck. Weißt du wo? Ich weiß nicht wo genau, ne? Ich weiß es auch. Ich sehe es auch von hier. Ich habe leider keinen Scope. Ja, liebe Leute. Kleines Update hier. Nice. Oh mein Gott, ey. Cool. Perfekt. Schüsse gefallen natürlich. Bro, ich bin da, ich bin da. Wo bist du? Auf dem Server? Armabaracke immer noch. Oh shit. Was soll ich denn jetzt machen? Bei mir sind Türen. Steps-Geräusche und alles Mögliche hier. Vielleicht ist er rausgerannt? Soll ich aus meinem Versteck? Ich weiß nicht. Ich muss. Ich muss hier raus, Bro. Er öffnet die Tür, was soll ich machen? Warte. Oh fuck. Shit, ich kann da leider nicht rübergucken. Tut alles, was reinkommt. Oh mein Gott. Mein Gebäude ist, glaube ich, safe soweit. Dann ist er bei mir wahrscheinlich. Der ist wahrscheinlich rübergerannt. Ja. Komm her, bitte. Die Tür, die ich gerade zugehe. Ehrlich, ich bin hier schon mal vorgepusht, liebe Leute. Weil ich sehr früh wieder auf dem Server war. Und die Tür, durch die ich gerade rein bin, hat er wahrscheinlich gerade wieder aufgemacht. Also ich habe sie hinter mir zugemacht, natürlich. Natürlich gut erzogen hier. Soll ich rüber pushen, Bro? Ja, ich bin voll angespannt. Oh Gott, er macht alle Türen auf. Okay, ich komm rüber. Seid ihr oben oder unten? Ich bin oben, glaube ich, drin, ja. Irgendwo. Okay. War das mit Gruppe? Oh Gott, er rennt. Oh, scheiße. Weißt du, den Männer? Was bist du? Ja, aber ich bin jetzt erst da. Was, ihr seid oben? Ich bin in einem Raum drin eingeschlossen, ja. Shit. Bist du... Ich laufe rum. Achtung. Aber mach keine Türen auf, ich schieße alles ab, was hier reinkommt. Ist die Tür bei dir offen? Nein, zu. Ja! Ja, du Legende, Mann. Ich habe dich eingeladen. Ich habe dich eingeladen. Ja, nice. Wo war das? Ich komme, ich komme. Ganz hinten, ganz hinten. War das der mit der Sniper, der uns angeschossen hat? Weiß ich nicht. Kann sein, er hat einen Sporter mit... Oh, der hat aber nicht so viel, ne? Das ist ein Sporter mit Scope. Also ich brauche eigentlich nichts von ihm. Komm rein, da kommen Zombies wahrscheinlich. Man kann wieder nichts in die Hand nehmen in der Dacys. Ey, es ist... Ja. Das ist natürlich normal hier in der Dacys Standalone. Wer es schon mal gespielt hat, der weiß natürlich Bescheid. Beschreibt doch mal eure Erfahrungen hier. Und bewertet das Game auf einer Skala von minus 10 bis minus 2. Ach so. Hunderttausend natürlich hier, sagen jetzt die ganz hartgesottenen unter euch. Natürlich denn. Gibt es eigentlich keinen Grund für, ne? 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 Ja, du warst ja auch da so und dann haben wir halt... Ja, ich habe mir hart in die Hosen gekackt. Gut kommuniziert hier, easy. Nein, ist gut. Ich habe im Moment gezögert, ne, ob das wirklich du bist. Oder ob das wirklich nicht du bist, ne? Okay. Pass auf die Fenster drauf, ne? Ich glaube, der ist der Sniper noch hinten irgendwo. Quatsch. Der uns beschossen hat. Aber ich finde diese Story starts hier dauernd mega kacke, Alter. Hast du die Sporter genommen? Ne. Ich mache mal auf. Machen wir das zurück. Achso, warte mal. Da ist gar kein Scope drauf, ne? Ich glaube nicht, ne? Achso, dann hatte der wohl doch keins. Vielleicht war es doch nicht der, oder? Ich weiß es nicht. Aus der Entfernung mit Sporter. Auf einmal hat dir halt einer gestappt und ich dachte so, okay, what the fuck. Ist der rübergelaufen? Ja. Vielleicht war das doch nicht der. Aber das ist definitiv bei mir einer gewesen vorhin. Warte mal. Achso, das sind alles Zombies, ne? Wahrscheinlich warte mal, oder? Wahrscheinlich sind das alles Zombies hier. Nice. Perfekt. In dem Sinne würde ich sagen, Bro, machen wir einen kleinen Cut hier. Perfekt. Cool, cool, cool. Cool. Liebe Leute. Ja, nach dem nicen Tod durch 20 Zombie-Horden. Nach dem nicen Server-Restart. Nach zwei nicen Server-Restarts. Innerhalb von 10 Minuten. Ja. Sind wir natürlich zum Entschluss gekommen. Dass wir dringend einen Gank brauchen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich Denial killed Cush. Perfekt. Da würde ich einfach mal starten, oder? Mal fangen an, fangen an, fangen an. Und zwar hiervon. Kein Kanal. Ich hoffe, den haben wir noch nicht. Aber gut, das werden wir gleich sehen. Treffen sich zwei Deutschlehrer am Strand. Sagt der eine, gehen die tief ins Wasser. Fragt der andere, warum ist es da tief? Oh mein Gott, scheiße, Alter. Nice. Ey. Wenn du es schaffst, da noch Akkusativ oder Nominativ einzubauen, schreib es doch mal in die Kommentare. Oder auch ein Objekt. Achso. Was gibt es sonst noch so für Wortarten? Ja. Wahrscheinlich sind Subjekt, Prädikat, Wortarten, Sondern. Ich glaube, das bezieht sich eher auf deren Funktion innerhalb des Satzes. Alter, ey. Was laberst du wieder? Ja, Bro. Ich würde sagen, wahrscheinlich, Bro. Ja. Du haust jetzt mal den nächsten Gag raus, oder? Natürlich, natürlich, natürlich. Und zwar hier. Hashtag. Er schreibt Hashtag, Hashtag. Oh Gott. Ey, wer so anfängt, kann nicht lustig sein. Was sagt ein Hollywoodstar, wenn am nächsten Tag Feiertag ist? Morgen Freeman. Morgen Freeman. Ja, ich bin raus für heute. Grüße hier draußen natürlich an Fratzengeballer für diesen nice Morgen Freeman Gag. Morgen Freeman natürlich an dieser Stelle. Er darf nicht fehlen. Ja, Grüße gehen natürlich auch aus. Morgen Freeman. Lebt er noch? Fehlt er leider? Dementsprechend ist das Game auch nicht gut. Einfache Erklärung, oder? Ne, das Game ist natürlich super. Sorry. Zehn von zehn Bogen hier für die Daisy Standalone mal wieder. Das ist natürlich ganz klar. Ein Game, das oft unterschätzt wird auch von uns. Aber gut. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir doch den einen oder anderen Cut, oder? Auf jeden Fall, Alter. Und schau mal, wie wir hier in Tschernogorsk noch so begegnen. Je, je. Hä? Bro, pass auf. Jemand kommt in die Police. Der müsste jetzt schon unten drin sein. What? Echt? Ja. Ja, ich hör's. Scheiße. Wo bist du? Oben. Okay, weißt du, wo er ist? Oh. Er hört sich nach unten an. Ist er friendly? Okay, I'm friendly too, man. Oh! Geschossen! Ja, auf ihn. Ist er friendly? I'm, I'm up, I'm up. Sorry, ich hab einfach geschossen jetzt, weil... Ja, ja. Er ist anscheinend friendly. Warte mal. Hey, buddy. Ja, kannst du deinen Helm aus? Weil wir dich nicht verstehen. Hey, Mann. Ja. Oh, hey, was's up? Du kannst sprechen. Oh, that's nice. Sorry. Hello. I didn't hear you. I just shot you with a sporter. Yeah, well, uh, with a sporter. That doesn't matter anyway. Okay. 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 So, I have just, uh, I have just a canteen, man. Yo, you need water? Wait a minute. I'll take this, bro. Oh, grosszügig. Ja, ich hab einiges wieder gut zu machen. Ja, ist geschossen. Sein Helm ist auch nur damaged. Ich hab die einzige Waffe, mit der man nicht mal durch einen Motorradhelm durchkommt. Aber gut, Glück für ihn eigentlich. Was ist los mit Test? Ich versuch das Handy hier, Mann. Achso. Ich hab das Handy. Ja, mein Freund, woher bist du? Ich bin aus der Czech Republik. Oh, das ist toll. Oh, cool. Nice to meet you. Ich bin aus Kroatien, mein Freund. Ich bin aus Belgien. Kroatien? Kannst du die gleiche Sprache? Und du? Kannst du die gleiche Sprache? Ich weiß nicht. Nein. Die gleiche Sprache. Es ist ähnlich, aber nicht die gleiche Sprache. Ah, okay. Aber vielleicht kannst du versuchen, zu sprechen. Nein. Ich verstehe. Oh mein Gott, Alter. Das wird nicht funktionieren. Was ist los mit dir? Nice to meet you, mein Freund. Mein Name ist Lusi. Hi, Lusi. Mein Name ist Mike. Und Michael. Okay, Michael. Ja, ihr versteht euch. Nice. Alter. Ja, nice. You're friendly, man. You're the first guy who is friendly. Are you alone here? Yes, I'm alone. Oh, you wanna join us? We're heading to Beloda. Okay, okay. That would be nice. Nice. Geil, Alter. Haben wir noch einen Kollegen, man. Auf jeden Fall. Wollen wir denn Edno, oder? Da würde ich sagen, ziehen wir mal direkt Richtung Beloda weiter, oder? Geil, Alter. Let's go, man. Yeah. Perfekt, man. Really? Im Ernst? Really? Ich konnte nicht immer so schnell Aufnahme drücken, der hat mich erschossen. Alter Schwede, was ist mit... Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch zwei. Echt? Oh mein Gott, die haben das echt zu dritt als Papi erschossen. Ey, ich habe ihm noch ein, zwei Hits gegeben und das war's. Was war das denn? Oh mein Gott, ist das traurig, Alter. Alter, der ist so... So ein Dreck. Der größte Schmutz, Digga. Vor allem, es hat noch... Stopp. Ich bin noch bewusstlos. Es hat noch Stopp, stopp. Ich halte an, er schießt mich instantan. Oh, ich glaube der... Sag mal, die schießen hier noch rum. Auch auf Zombies wahrscheinlich. Was ist das denn gewesen? Oh mein Gott, Alter. Jetzt wollen wir gerade noch nach Balota oder was? Und das ist schon vorbei jetzt, oder was? Also ich stehe jetzt gerade noch mal wieder auf. Ja, das bringt eh nichts mehr. Du bist dann Kancho, das ist für immer. Und dann schießen die sich einfach halskalt. Scheiße. Wow, Alter. Voll equipped auf Bambi schießen, Mann. Wow. Bestimmt gute PvP-Player, Mann. Ja, hier nur zwei Mal getroffen. Hier mit der Sport. Da bringt natürlich gar nichts, wie wir gesehen haben. Headshot. Motorradhählen bringt auch nichts. Nice, perfekt. Jo, liebe Leute. Leute, es ist halt... Kleines Fazit hier vielleicht. Kleines Fazit an der Stelle. Stopps wollen wir wieder. Eigentlich nichts Neues. Es fällt aus wie immer. Möchtest du was vielleicht sagen? Schmutz, Dreck, Kacke. Auf jeden Fall. Ich gehe gleich aufs Klo. Wir lassen natürlich wieder kein gutes Haar am Server an der Stelle. Normal. Aber gut, man muss sagen, man hat aber auch coole Begegnungen. Also das jetzt da, wie mit diesem Michael, das war eigentlich schon cool. Ja, der Michael war bei der Typ, der Daniel in Ballot hat. Oh Gott, ja. Aber da wirkt er wirklich bedrohlich. Wir laufen da zu dritt als Bambi, die Straße entlang, auf einmal stopp, stopp, stopp. Und dann schießt er uns alle nieder. Was ist das? Die waren zu zweit übrigens. Ja, das ist ja noch schlimmer. Zu zweit auf Bambi? Oh Gott. Ja, ein bisschen Equip hatten wir schon. Ja, wow. Aber trotzdem hatten die eigentlich keinen Grund, uns einfach niederzuschießen. Sport. Ja, vor allem, vor allem noch stopp, stopp. Vielleicht dachte ich so, okay. Vielleicht wollen die uns ja nur überfallen. Stopp, stopp. Ja, okay. Wahrscheinlich wollen die uns überfallen. Und der schießt mir direkt ins Gesicht. Ja, weiß es nicht. Was ist los mit dir? Ja, weiß es nicht, ob wir hier noch weiterspielen? Mal gucken. Ja. Bro, ich habe schon eine Alternative im Kopf, die sage ich aber jetzt nicht. Aber ich würde sagen, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Am Donnerstag um 19 Uhr natürlich an der Stelle hier. Gleiche Welle. Also, in dem Sinne. Hashtag 2020-20, Leute. Macht's gut. Perfekt.